Nein doch Hallo meine lieben Zuschauer und willkommen zurück zu einer weiteren Folge äh Brawler zusammen mit dem Flint Nein doch Mach das bitte aus weil sonst könnte es aus nicht Copyright geschätzt werden Es soll nicht Copyright ich hab ja noch mehr Lieder die nicht Copyright sind Ne Wir spielen Brawl Down Mach doch halt noch zwei Einer geht noch Ja dann mach den So Muss ich sagen gehts los ne Ja ja Thearos und Kor Das wird das komplette durcheinander Guckt mal ob ihr unsere Charaktere im Auge behalten könnt Ich bin die Selina und der Dekore springt Hier bin ich Gib mir ne Waffe Ich brauch ne Waffe Gibst du ne Waffe Ich brauch ne Waffe Hilfe Ich ne Ich mach grad nicht hier rum Ne Man denkt sich hier auch nur so witzig hier ab Junge 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 Ja Manche stehen hier einfach nur so rum Ja und manche machen sich gleich Pottplätze Ich brauch ne Waffe Ich brauch ne Waffe Waffe Hast immer noch keine? Ja ich hatte ganz kurz eine Och man lass mich doch Ich mach das Spiel Lass mich doch in Ruhe Waaaah Ich muss ja alles richtig machen und feste mit meinem Boden auf jeden Fall. Was? Wie viele hast du denn gerade gemacht? Fünf, sechs Stück vielleicht. Oh man, lass mich, ich hab doch nur noch was halten. Okay. Das ging, zwei, fünf. Wie viel Leben hat der noch? Eins. Und ich auch. Seid beide gelb, obwohl du bist dunkleres Gelb als er. Wenn das etwas Gutes ist, weiß ich nicht. Ich glaub nicht. Jetzt du bist dunkler, nein, ja, ist gut. Ja, komm mit. Tische machen super, ja, schade. Bewegt sie doch, bewegt sie doch. Verdammt, er hat er. Ja, ich würd nur sagen, wieder gewonnen, hä? Noch mal so ne Runde mit 10 Millionen CPUs. Ich hab dich, oh man, du bist doch. Ja, ich hab dich doch. Ich spiele, dich, ich muss hier hier gerade gucken, welch ist. Scheiß die Wand an. Wo muss ich denn hier? Rücken? Wir können gleich mal mit random machen. Wir können gleich mal mit random reingehen. Ja, alle random. Alle haben random. Ja, die Bots haben sowieso schon random. Ja, aber trotzdem. Ah gut. Thor branden. Ja, danke dafür. Thor? Es gibt Thor? Ach du Scheiße. Ja. 3, 2, 1, 1. Keine Ahnung. Ich hab wieder mal keine Ahnung. Ach, ich bin grün. Ich hab mich extra anders gefärbt als alle anderen. Klar ist das Ding. Ja, genau. Ich hab's gebt. Ich hab's gebt. Ich hab's gebt. Ich hab's gebt. Alter, was ist denn von mir los? Ich hab's gebt. Gebt besser. Ich hab's gebt. 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 Oh, Leute. Ich hab's gebt. Ich hab's gebt. Ja, als wenn wir alle nur auf ein Leben haben. Was ist das denn? Ich bin nicht verdammt. Ich hab's gebt. Geht nur noch 4 weiter, oh ne. Haben wieder gewonnen. Spieler 3 gewinnt. Ach du Scheiße. Ja bis jetzt habe ich überall nur den gleichen. Ja. Farben habe ich schon, bei meiner Axt ist auch noch nichts anders. Ja komm weiter gehts. Warum heißt das eigentlich CPU? Computer programmated units, keine Ahnung. 3, 2, 1 Brawl. Geht direkt an mich, ja klar. Ja Ray, dann hol sich gleich die erste Waffe. Wir brauchen meinen Bohrer hier, dann mach ich euch alle, alle. Geht jetzt da oben. Ah ich bin auch tot. Ich bin auch tot. Ich will ne Waffe! Hallo! Ich bin mit zu Vaynerklin, Alter. Bist du raus? Ich will doch zum Einnehmen. Ach, lass mich doch in Ruhe! Ich lass dich da unten, ich muss mich kämpfen. Ich darf ihn in den Weg! Nein! Nein! Du hast mich jetzt rum in der Baustelle! Oh, ich bin dritter! Naja! Naja, ne? Von Acht bis zu Tuna. Ah, da krieg ich bestimmt jetzt endlich... Alter, mir fehlt ein... Pass mal nicht wahr, mir fehlt ein EP, damit ich Level 11 wäre. XP, damit ich Level 11 wäre. Ne, vier EP! Mir fehlen vier XP, Digga! Vier XP, damit ich Level 11 wäre. Vier! Warum, Mann? Jetzt muss ich extra noch eine Runde zocken. Rülgrum. Ja, Rülgrum. Ne, wollten wir nicht rennen! Sim. Egal. Ich weiß doch nicht, wo ich bin, aber... Oh, nein! Digga! Digga, das ist so, wey! Und hier ist man ja nicht tot, ne? Aber bei den Mehrachen ist der Vorteil halt, wie... Juhu, du siehst wie der hinten, wie es explodiert. Oh Gott! Nein! Durchgefallen! Juhu, wunderbar jetzt. Oh, ich falle einfach wieder durch. Super. Ah, danke! Super schön. Wir hatten hier die höchste Punkte. Ich hab keine Ahnung. Oh, ne. Ja, genau. Ja, genau. Ja... Pfff... Pfff... He... He... Nein! Nein! Stopp! Oh Gott! Ey, jetzt bist du... Du bist durcheinander hier. Alter, was mach ich denn? Nein! 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 Was mach ich? Ich bin grad einfach zu uns. Nichts gesprungen. Ist mir auf... Auf... Ich bin tot. Ich bin tot. Im letzten Weg noch. Ja klar, komm zu mir. Ich bin tot. Tschüss! 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 Yes! Winner! Ich bin tot. Pfff... Rett's Game! Du Pfff... Du Pfff... Von 8! Und Dritter von hinten! Naja... Ich sag' vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal! Tschau! Tschau!